So, wir stehen vor der Türe nach unten und machen es jetzt mal auf. Finden wir Rachel Amber da unten? Was werden wir finden? Das ist krass. Das nennt ich mal ein geheimes Versteck, du. Oh, Alter, das ist jetzt eigentlich ein Bunker hier. Dieser Bunker ist so surreal. Wir haben auch schon genug Sherlock-Fähigkeiten bewiesen. Erst ein Padlock, dann ein Digi-Code? Niemand will wirklich nicht Besucher. Oh, denk, denk. Oops, ein schlechter Kode. Ähm, zwei, fünf, vier. Es gibt ein bisschen viele Permotationen. Oh, nein. Das funktioniert nicht. Okay, also, es ist lockt. Dann, wie weinten wir doch mal kurz? Hm. Some Numbers look faded, so... ...müssen wir echt lucky sein, nachher? Okay, es ist nicht 2,5. Was ist der mit 5, 4, 2? Ah. Oh, yes. Ich dachte, das funktioniert nur in den Filmen. Oh, yes. Puh. Oh, yes. Wow, 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 wow. Stockt and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Wissen die Preskits mehr über das, was kommt? David hatte auch so viel davon, wusste er Bescheid? Whoa, this says it all about Nathan. As Nathan's primary Psychiatrist for over 5 years, I feel that I should stop seeing you, son, as you have disregarded my rather dire and immediate suggestions for his and others' well-being. You know well the extent of Nathan's challenges, but I feel that you refuse to acknowledge the role you play in this mental health. If I do not have your support, I cannot treat Nathan. It is as simple as that. I fear he is becoming even more disconnected from reality, even if he acts in a personal You have ignored my requests for a consultation with you and your wife, and so I have to assume, you are no longer interested in my services. Regardless, I care about Nathan and I believe he needs serious help. If you would like to talk about this matter, I am always available. Das klingt nicht gut, das klingt gar nicht gut. Ducttape in einem Bunker, das ist immer mal vollkommen klar. Printer? Was geht denn hier ab? Fotostudio? Ich glaube, Nathan braucht den größten Printer in der Welt. Da sind wieder diese komischen, surrealen Bilder. Sieht sehr nach Nathan aus hier. Ich sag so'n Stormbroker-Bunker. Voll Estimate. 1,3 Millionen. Scene Prescott. Hab'r über Torturte. Nichts über Rachel hier. Also, those undertexts come from Chloe. Okay. Mm-hmm. What's with the Prescotts and creepy art? Oh yeah, school suspension is a deal-breaker in the Prescott family. Principal Wells has informed me that you have been suspended due to some suspect Vortex Club activity on your part. Never mind that. I just want you to know that what kind of shame you are once again to report to this family. I have given you everything you ever wanted, including Blackwell Academy, among other things we shall not mention. But nothing is ever enough for you. You are still my son and I want us to fulfill our destiny. That day is coming sooner than you think. So be prepared to step into the real responsibility. Was geht da mit der Familie ab, ey? Let's see what's in here. Oh my God. No. Die haben mich Kate hier gefesselt unter Drogen gesetzt und dann hier wurde das Video hier gedreht. Oh no. Wow. What is going on between us and us, Father? Aiden, I've told you to never call me using your phone. Stick with the disposable ones I gave you. I don't want to hear you screaming out of my name in a public place, which you have stupidly done before. I haven't set all this up and shared my vast wisdom, just so you can fuck it up with your teen rage. We can accomplish it a lot together, but you have to let me guide you. Is the father a psychopath or so and färbt that on his son? I think that's almost all. Oh shit. That's Nathan's jacket. Has he been here recently? Der grauzt davor, was ich hier finden werde. Der grauzt davor, was ich hier finden werde. Ich gehe auch gerne Whisky, aber trotzdem habe ich nicht so komische Bunker. Ich habe echt Angst, jeden Schrank aufz... Da sind die Ordner. Krass. Die roten Ordner, die wir schon so oft gesehen haben. Oh Gott. Okay, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all... These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe... Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh, my God. Rachel. Kate. All these files. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. At least Kate was asleep through all this bullshit. Some glück, yeah. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. What happened to her? What happened to her? What happened to her? Oh, man, man, man. Das scheinen echte... Das scheinen Psychopathen zu sein. Oder etwas anderes verbegst sich hier hinter. Aber ich bin da schon... ... ... ... ... ... ... ... davon überzeugt jetzt. So, wer benutzt dieses fancy Tripod? Ich habe nie so viel preisige Geräte gesehen. Ah, das Apocalypse-Entertainment-System. 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 Wir kommen zumindest raus. Das ist schon mal gut. Chloe, schlau dich! Warte für mich! Ich weiß genau, wo ich gehe! Da waren wir doch überall. Schau, das ist es! Das ist es! Willst du mir helfen, Max? Chloe, stopp! Schau. Bitte nicht. Schau. Oh! Oh! I smell! Rachel! Oh, Rachel! No, no! Please, not her! Chloe! Rachel! Why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much! How can she be dead? How can she be dead? How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Who do this? Who does this? How can she be dead? I'm sorry! I love you. I'm sorry. Ich weiß, dass wir immer wieder auf den Mountain sehen können, den Mountain sehen, den Mountain sehen. Welche Wendung dieses Spiel alle noch nimmt, wie ernst es wird, das ist doch unglaublich. Letzte Episode war es noch eine gute Geschichte, jetzt wird das so ernst. Ich hoffe, Nathan hat seine letzte Party genutzt. Chloe, wir können direkt zu den Kursen gehen. Wir haben Beweis. F*** die Polizei. Rachel wollte uns, sie zu finden. Damit wir wirklich Justiz und Rehabilitation bekommen. Die Preskotten haben das vor 100 Jahren gehabt, und niemand wird in meine Richtung. Especially mit Ihrer Hilfe. Right? Ich bin mit dir bis zum Ende, Chloe. Du kennst das. Ich bin mit dir. Ich bin mit der Eclipse. Du bist richtig. Schau mal auf die Outline. Ich kann nicht wissen, ob sie sind. Was ist das? Ich bin mit der Eclipse. Jesus, Chloe, schau mal auf die Skye. Es ist nicht möglich. Schön. Die Welt ist enden. Cool. Du bist nicht hörst. Du bist nicht hörst. Du bist großartig. Du bist großartig. Das ist richtig. Nathan Prescott ist gestern. Willkommen zu dem Ende der Welt, meine Damen und Herren. Ich bin froh, dass du mich entschieden hast. Du bist wirklich gut, Warren. Du bist gut nach heute? Ich bin froh, dass du mich verletzt hast. Nathan ist gefährlich. Wo ist er? Ich habe ihn nicht wieder gesehen. Ich bin froh, in meinem Raum. Mann, hast du trinkt? Na, wenn du eine halbe Bier trinkst... Los geht's, Max. Hey, hey. Ich weiß, dass es ein schlechtes Moment ist, aber... kann ich eine Bilder bekommen? Ich fühle mich, dass es eigentlich das Ende des Welt ist, also... Ich möchte etwas... für Prosperität. Ich weiß nicht, Warren. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich habe eine große Bühne. Ich habe nur eine Bildung. Uh... Action. Wir haben keine Zeit für das Geld. Komm, Max. Sorry. Ich wollte nur einfach, wie ein normaler Student, nach dieser Woche, nach dieser Woche, Ultraviolenz. Ich habe noch nie jemanden wie das vor. Ich war immer derjenige, dass ich mich verletzt habe. Hey. Wir brauchen noch Ihre Expert Hilfe. Wenn Sie sehen, Text mir sofort. Okay? Okay? Und lasst ihn nicht sehen, Sie sehen. Sie werden nicht. Ich weiß, wie hier hier invisible sein wird. Nicht für mich, Warren. Text schnell. Hi. Can I take your coat or anything? No. I didn't see any tablet with Cadillac. So. Okay, Chloe. Where the hell are you? Willkommen auf der End of the World Party. I hate to touch all these clothes. It is kind of bad. Plus, some of the Vortex Club always give me attitude. Stella. That's what they... Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the End of the World. Do you want me to check anything in? Uh, no thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Oh, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no, I'm actually not okay. I... I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck! See you in the next episode. Haut rein. Ciao.